Moin, schön, dass ihr mit dabei seid, herzlich willkommen. Wir sprechen heute mal wieder über Lautsprecher und zwar über die, die ihr hinter mir seht. Vor nicht allzu langer Zeit hatte ich ein Video zu diesen Lautsprechern gemacht, den Vulcano A4 ARC. Das Video findet ihr auch nochmal hier oben. Heute sprechen wir über die großen Geschwister und den dazugehörigen Subwoofer. Einmal hier unten die A5 ARC von Vulcano und dann noch der Sub 8 von Vulcano. Steht hier unten, zeige ich euch gleich. Was dieses Setup kann und was diese Lautsprecher können und wo die beiden sich hier auch durchaus unterscheiden, darüber sprechen wir heute mal. Ich wünsche viel Spaß. Und los geht's, schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, wie gesagt, wir sprechen heute über den großen Bruder dieses Setups, das sich dann doch in einigen Details nochmal unterscheidet. Und ja, sprechen wir also über die Vulcano A5 ARC. Wie schon das kleine Lautsprecherpaar ist auch der A5 ARC wieder ein Regallautsprecher. Dieses Mal allerdings nicht mit einer 4 Zoll Membran, sondern wie der Name vermuten ist, mit einem 5 Zoll Tieftöner und einer insgesamt deutlich stärkeren Leistung. Statt 50 Watt bei den Kleinen reden wir jetzt hier von einem Setup mit jeweils 50 Watt pro Lautsprecher, macht also 100 Watt Leistung für das gesamte System der beiden Lautsprecher. Was dann doch einen deutlichen Unterschied ausmacht. Und was sich natürlich insbesondere bei der Lautstärke und beim Volumen im Bassbereich auszahlt. Darüber sprechen wir aber gleich nochmal im Detail. Und wie immer sprechen wir aber erstmal über weitere technische Daten. Fangen wir mit den Abmessungen an. Sie sind 28 cm hoch, 24 cm tief und 16 cm breit. Insbesondere bei der Tiefe überraschen die einen, weil sie doch deutlich tiefer sind, als sie jetzt hier im Profil stehen. Ich zeige euch hier einfach nochmal ein paar Bilder, dass ihr euch davon Eindruck machen könnt. Ja auch im Vergleich zu den A4. Je nach Regaltiefe kann das nämlich dann durchaus auch zum Problem werden. Ihr habt ja hinten auch noch die Anschlüsse, die natürlich auch nochmal eine gewisse Einbautiefe haben, wenn da dann Stecker drin stecken. Falls für irgendwen von euch relevant, die Lautsprecher wiegen zusammen 7 Kilo, das heißt circa jeder 3,5 Kilo. Das ist in Ordnung. Material ist hier weiterhin Sperrholz, das ihr wahlweise furniert bekommt, so wie es jetzt hier hinter mir steht. Oder eben in schwarz. Verarbeitungsqualität ist auch hier in Ordnung. Sie ist zweckdienlich. Plastik hinten mit Anschlüssen ist stabil, wenn auch nicht mega hochwertig. Das kann man aber auch hier bei der Preisklasse nicht erwarten. Denn auch diese Lautsprecher hier kosten UVP circa 200 Euro, was ein gutes Preislastungsverhältnis ist. Dazu aber natürlich auch gleich nochmal mehr. Einfach nur für euch zur Einordnung, über was für einen Preisbereich wir jetzt hier sprechen. Wie auch bei den Kleinen liegt natürlich auch hier ein Schutzgitter bei. Die werden reingesteckt mit diesen Plastik-Punüppels. Und blöderweise sind hier tatsächlich von den 8 von diesen Anschlusspunkten 2 insgesamt abgebrochen. Das ist bei den Kleinen nicht gewesen. Allerdings, und deswegen erwähne ich das, beim Subwoofer gibt es ebenfalls so ein Schutzgitter. Und hier sind tatsächlich leider alle 4 dieser Anschlusspunkte abgebrochen. Das heißt, diesen Schutz konnten wir jetzt ohne ihn festzukleben nicht montieren. Und das soll natürlich eigentlich nicht passieren. Ich würde jetzt auch nicht annehmen, dass das bei jedem Lautsprecher so ist. Wir müssten es aber erwähnen, weil das zwar bei den Kleinen nicht war, aber jetzt eben sowohl bei den Lautsprechern an 2 von 8 als eben auch hier bei 4 von 4. Und das ist dann natürlich doch ein bisschen doof. Der Lieferumfang fällt hier sehr üppig aus. Und das ist definitiv beeindruckend, vor allen Dingen bei dieser Preisklasse. Wir haben hier nämlich weiterhin eine Fernbedienung dabei mit AAA-Batterien, die auch schon im Lieferumfang dabei sind. Die Fernbedienung ist jetzt nicht die teuerste, aber sie ist definitiv besser als schon so manche von so manchem Fernseher, die ich schon mal in der Hand hatte. Insofern absolut solide. Ansonsten liegen aber natürlich auch eine ganze Menge Kabel bei. Neben dem Verbindungskabel dieser beiden Lautsprecher findet ihr auch noch ein Kabel von Cinch auf Klinke für zum Beispiel ältere Handys. Ihr findet ein Cinch auf Cinch Kabel im Lieferumfang. Damit könnt ihr zum Beispiel Kassettentecks anschließen. Aber auch ein Glasfaserkabel ist mit dabei, ein Tosslink-Kabel, mit dem ihr entsprechend digitales Audiosignal an die Lautsprecher übermitteln könnt. Und das ist wirklich alles andere als Standard. Also ihr merkt, da liegt einiges bei. Und gerade bei den Kabeln, das sind jetzt auch nicht die hochwertigsten, aber sie liegen eben bei und machen auch da einen ganz guten Job. Aus dem Lieferumfang könnt ihr natürlich jetzt auch schon so manche Anschlüsse schließen. Und letztendlich ist hier die Situation genau die gleiche wie bei den kleinen. Fangen wir mit dem Inneren sozusagen an. Wir haben auch hier Bluetooth 5.0 verbaut. Ihr könnt die Lautsprecher also ganz entspannt in eurem Regal stehen haben und einfach euch per Handy verbinden und Musik abspielen. Das ist sehr praktisch und nach wie vor auch hier ein Feature, das definitiv sehr cool ist. Darüber hinaus bieten die Lautsprecher aber eben auch überraschend viele ein und auch Ausgänge, beziehungsweise einen Ausgang. Digital kann Ton nämlich per Kabel auf gleich zwei Arten reinkommen. Einmal per HDMI ARC. Das ist eine Möglichkeit, das ist der Audio-Rückkanal von HDMI, mit dem insbesondere Soundbars Sound von eurem Fernseher wiedergeben können. Sehr cooles Feature, dass diese Lautsprecher das hier können. Das bedeutet nämlich, ihr könnt sie auch ganz wunderbar als Soundbar einsetzen, nur eben mit einem breiteren Klang, weil das eben entsprechend ja ein richtiges Seriobild geben kann. Dazu gleich nochmal mehr. Darüber hinaus, wie schon gesagt, TOS-Link als digitaler Audio-Input mit Glasfaser und dementsprechend also mit Lichtwellenleiter. Auch das ein Anschluss, den man bei manchen CD-Playern zum Beispiel findet, aber insbesondere auch bei älteren Zuspielern, wie zum Beispiel mit dem alten Apple TV. Aber eben auch heute haben die allermeisten Fernseher das eben noch als Alternative zu HDMI ARC. Und ihr könnt euch das schon denken, natürlich kriegt man auch analog hier Ton rein, und zwar über Cinch, sonst brüchelte man die Kabel auch nicht. Als wäre das noch nicht genug, gibt es aber auch noch einen weiteren Anschluss. Und zwar gibt es hier einen USB-Anschluss, mit dem ihr zum Beispiel Musik von einem USB-Stick wiedergeben könnt. Oft braucht man das wahrscheinlich nicht, aber die Möglichkeit besteht. Und damit haben diese Lautsprecher eine echt krasse Vielfalt an Anschlüssen, die ihresgleichen sucht. Vor allen Dingen in dieser Preisklasse. Wie schon gesagt, das können die Kleinen aber halt auch. Da unterscheiden die sich tatsächlich nicht, was aber natürlich andererseits auch ganz praktisch ist. Man braucht sich hier also nur um die Leistungsdaten und um die Größe zu kümmern. Darüber hinaus, Feature-technisch gibt es jetzt hier natürlich nicht unbegrenzt viel. Zwei Funktionen sind hier hervorzuheben. Das eine ist ein eingebauter Equalizer, der ein bisschen seltsam ist, denn es gibt irgendwie theoretisch zwei verschiedene Equalizer. Der eine funktioniert über einen Knopf auf der Fernbedienung oder an der Rückseite und schaltet zwischen drei verschiedenen Audioprofilen hin und her. Einmal Movie, dann Musik und dann Sprache. Soweit so gut. Darüber hinaus könnt ihr das aber auch noch übersteuern mit zwei Reglern an der Rückseite. Einmal für die Bässe und einmal für die Höhen. Das heißt also, ihr könnt über das eigentlich sowieso schon eingestellte Profil nochmal euren Wunsch drüberlegen. Warum man das so gelöst hat, keine Ahnung. Es ist aber zumindest eine ganz coole Möglichkeit, hier den Klang eben auch nochmal ein bisschen anzupassen. Eine weitere Funktion ist hier ein virtueller Bass. Der lässt sich nur über die Fernbedienung ein- und ausschalten und scheint auch hier nochmal irgendwie eine weitere Art des Equalizers zu sein, denn auch da wird einfach nochmal der Bass ein bisschen verstärkt oder eben nicht. Den kann man nur ein- und ausschalten. Wenn einem der Bass insgesamt nicht reicht, dann hat auch dieses Lautsprecherpaar einen Zap-Out, also einen ganz klassischen Ausgang für den Zap-Woofer mit Mono. Hier könnt ihr entsprechend mit einem typischen Cinch-Kabel rausgehen und das an einen beliebigen Zap-Woofer anschließen. Passend dazu hat Vulcano den Zap-7 und den Zap-8 im Programm. Wir haben jetzt hier den Zap-8. Das ist nochmal ein etwas größerer Lautsprecher mit 80 Watt Leistung. Und ja, die Kiste ist nicht ganz klein. Ich zeige ihn euch hier an dieser Stelle einfach mal. Bietet wie gesagt 80 Watt, ist quasi würfelförmig mit in schwankender Abmessung rund um 30 cm bei der jeweiligen Kantenlänge. Wiegt 5 Kilo und hat wie gesagt an der Vorderseite eigentlich auch noch einen Schutzgitter. Der Lautsprecher ist hier nämlich nach vorne rausgerichtet. Bei den Anschlüssen gibt es hier beim Zap einen Zap-Eingang. Sogar mit Stereo, aber ja, typischerweise geht man hier ja mit Mono rein und könnt hier dann trotzdem auch noch einen zweiten anschließen. Der hat nämlich einen Aux-Out, also ihr könntet auch noch einen weiteren Zap-Woofer durchschleifen. Ganz lustige Funktion. Weiß ich jetzt nicht, ob man das braucht, aber machen kann man das. Dann gibt es hier natürlich einen Lautstärkeregler und es gibt auch noch einen Frequenzweiche, die ihr hier einstellen könnt, zwischen 60 und 250 Hertz. Der Zap-Woofer lässt sich natürlich wunderbar mit beiden Lautsprechern kombinieren, sowohl mit den kleinen als auch mit den großen. Wie das zusammenspielt, dazu sprechen wir gleich nochmal kurz. Ihr könnt diesen Zap-Woofer natürlich aber auch dediziert kaufen und für irgendein anderes Soundsystem verwenden, das entsprechenden Audioausgang hat. Den Zap-Woofer gibt es ausschließlich in schwarz und uns hat er, abgesehen von dieser Geschichte mit dem Mesh-Gitter vorne dran, ganz gut gefallen. Gut, zurück zu den Regal-Lautsprechern. Gut, kurz zusammengefasst, es gibt hier also eine ganze Menge Anschlussmöglichkeiten, sowohl in als auch out. Und damit könnt ihr hier also ein 2.1 Soundsystem für euer Wohnzimmer realisieren, zum Beispiel auch wunderbar als Ersatz für eine mögliche Soundbar. Doch wie gut sind sie denn jetzt wirklich? Wir sprechen über den Klang und dabei ist es natürlich immer wichtig, das ist meine persönliche Meinung, wie sich das in meinem Ohr anhört. Wie euch der Klang gefällt, das kann ich euch damit natürlich nicht wirklich sagen, aber zumindest kann ich euch die Charakteristik dieser Lautsprecher erklären. Im Vergleich zu den kleineren Vulcano unterscheiden die sich nämlich dann doch, sagen wir mal, deutlicher. Es ist ein bisschen schwierig, das zu greifen. Die großen Lautsprecher haben mit den 100 Watt Leistung natürlich deutlich mehr Volumen und sind deutlich lauter. Gerade natürlich, wenn ihr darauf steht, lauter Musik zu hören oder öfter laut Musik zu hören, dann macht dieses Lautsprecher-Setup definitiv für euch Sinn. Funktioniert auch gut ohne Sub, funktioniert auch gut mit Sub. Laut können die hier definitiv. Sie klingen auch insgesamt relativ gut. Gut, allerdings, und das hat mich überrascht, oder was heißt überrascht, aber es ist ein bisschen schade, hier wurde Potenzial verspielt. Durch die andere Größe, sowohl der Tieftöner als auch der Hochtöner, haben wir hier Lautsprecher, die sich von den kleinen doch sehr deutlich unterscheiden. Während ich die kleinen nach wie vor überraschend gut finde, da sie einen erstaunlich detaillierten Klang bieten über alle Frequenzen hinweg und einen auch bei der Lautstärke wirklich überraschen. Im Verhältnis zu ihrer Größe sind die Großen zwar deutlich lauter, was auch gut so ist, allerdings sind sie dann ein bisschen schlechter, was eben diese gesamte Separierung von Klang betrifft. Und damit also einfach der Detailgrad ist hier niedriger. Es ist ein bisschen schade, denn damit würde ich zumindest sagen, wenn ihr normale Zimmerlautstärke Musik hören wollt oder auch einfach generell mal ein bisschen mehr euch eben dieses Klangerlebnis hinzugeben wollt, dann finde ich persönlich die kleinen weiterhin die besseren Lautsprecher. Da hier das Stereo-Bild sauberer ist, die Separierung von einzelnen Instrumenten besser funktionieren und somit einfach der Klang insgesamt detailreicher ist. In Verbindung zum Beispiel auch mit dem Sub 8 könnt ihr damit natürlich auch noch mehr Volumen entzeugen, wenn euch die im Bassbereich nicht reichen. Aber hier kriegt ihr eben preis-leistungstechnisch wirklich viel. Bei den A5 ARC, über die wir heute sprechen, muss man eben wirklich sagen, dass sie zwar lauter sind, aber eben diese ganzen Details nicht ganz so sauber darstellen können. Das macht sie weiterhin zu guten Lautsprechern. Und es sind auch Lautsprecher, die für den Preis und dieser Lautstärke und gerade auch bei voller Lautstärke, zum Beispiel für euren Partykeller oder ähnliches, oder wenn ihr oft ganz, ganz besonders viel und laut Filme guckt, dann eignen sich die dafür auch sehr, sehr gut. Wenn es kein MTV am Plug-Konzert ist, denn wie gesagt, dafür sind sie nicht ganz so cool, für einen Actionfilm machen die trotzdem Spaß. Und damit muss man sich hier also ein bisschen entscheiden. Geht man auf Lautstärkezahlen ein bisschen mehr, hat dann aber eben Lautsprecher, die nochmal ein bisschen mehr Wumms haben, oder geht man eben auf Lautsprecher, die leiser sind, die dafür aber einen detaillierteren Klang bieten und nochmal ein bisschen weniger kosten. Das wären dann eben die A4 ARC, die uns hier eben insgesamt mehr überzeugt haben, zumal, weil sie ansonsten ja den gleichen Funktionsumfang bieten, wie jetzt auch die großen. Ja, und letzten Endes war das auch schon so ein bisschen die Zusammenfassung, denn wie gesagt, wer laute Lautsprecher sucht, ist bei den A5 definitiv natürlich besser beraten. Wer ein bisschen mehr auf die Klangqualität gehen möchte, der kriegt mit den kleineren, zwei leisere Lautsprecher, die dafür aber tatsächlich besser klingen. Das ist einfach der deutlichen baulichen Unterschiede zwischen den Membranen geschuldet. Man hat hier definitiv offensichtlich entweder andere eingekauft oder andere entwickelt. Es fällt aber auf, dass die Membranen offensichtlich nicht mal verschwistert sind. Das sind einfach andere Lautsprecher. Ja, so viel dazu. Also, insgesamt coole Lautsprecher, die aber ein bisschen schlechter sind im Vergleich zu ihren kleinen Geschwistern, trotzdem eine fantastische Preisleistung haben, die uns hier nach wie vor echt überrascht und auch überzeugt, diese Lautsprecher trotzdem empfehlen zu können. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Das sind die A5ARC von Vulcano und ich bedanke mich nochmal beim Hersteller fürs Bereitstellen dieser Lautsprecher. Wenn ihr an Videos wie diesem dranbleiben wollt, dann abonniert gerne den Kanal, gebt dem Video einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.